Naja, gut, ist natürlich jetzt ein bisschen blöd, dass wir hier tatsächlich zweimal die gleiche Karre drin haben, aber die sehen auch ein bisschen anders aus, also von daher passt schon. Wir nehmen jetzt mal den da, den haben wir ja neu gekauft. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch der letzte Auftrag von ihm, ne, ist der letzte, der jetzt kommt, ja, okay. Super. Ähm, ja, ich würde aber trotzdem, jetzt während ich darauf warte, dass der letzte Auftrag kommt, ich will das Auto einmal kaufen. Cause why the fuck not. Ja, und dann fahren wir mit dieser super hässlichen Karre jetzt gleich den letzten Auftrag machen. Kannst du mal herkommen, Auto, also das nervt wirklich, dass der da erstmal noch immer 10 Jahre durch die Gier ist, in der Gegend eiert, ey. So. Einsteigen bitte. Oder habe ich den Auftrag schon gekriegt und sehe das nur wieder nicht? Ah, den habe ich schon gekriegt, da ist er, okay. Dann machen wir den als letztes und dann haben wir nämlich alles geschafft, was der uns gegeben hätte. Und wir haben gerade mal 13 Uhr. Das heißt, wir haben noch super viel Zeit und können noch super viel andere Sachen machen. Bis der Experte dann tatsächlich mal uns anruft, der Goro, Hakebura. Mal schauen, was dann passiert. Okay. Hier ist das Auto, was wir kaufen wollen. Dieser ultra hässliche VW-Bus. Oder der sieht zumindest ein bisschen so aus wie... Gut, ich bin noch ein bisschen umständlicher ausgestiegen, ehrlich gesagt. Hier, guck mal. Sieht da so ein bisschen so aus wie... Ah, okay, der sieht halt wirklich nicht... Der ist halt wirklich nicht schön. Ach du Scheiße. Guck mal, wie hässlich. Guck mal da, guckt schon der Tankzeug und so raus. So, Alter, was eine Müllkarre. Egal, wird mitgenommen. Und damit eiern wir jetzt zur letzten Mission von Mutombo, wie auch immer. Warte mal, wir haben hier noch... Das hier mal nochmal erhöhen. Konstitution. Nicht um Straßenschlägerei. Was ist das denn? Schwere Angriffe mit stumpfen Waffen. Das ist Quatsch. Stumpfen Waffen. Das sind aber alles stumpfe Waffen, ne? Zählen meine Fäuste auch als stumpfe Waffe? Ich weiß es halt nicht, ne? Keine Ahnung, aber... Was ist das? Ne. Ich meine hier noch... Wird sich... Deine Gesundheitsreger... Oh, das ist auch sehr gut. Das ist das. Aber erstmal das hier machen. Erstmal das hier machen. Und dann gucken wir nämlich mal, dass wir uns da vielleicht tatsächlich zum Schluss nochmal um die Faustkämpfe kümmern. Ich meine... Es ist halt ein bisschen blöd, dass man den Faustkampf... Also eigentlich, dass es sich überhaupt nicht lohnt für mich, den Faustkampf zu leveln. Ja, weil ich benutze das eh nicht. Deswegen ist die Frage, ob wir diese Quest überhaupt machen oder ob wir die einfach Quest sein lassen. Ich meine, wir haben bei The Witcher auch nicht alles gemacht. Man muss sich ja auch im Spiel nicht alles angucken. Man kann sich so viel angucken wie möglich oder wie viel man möchte. Aber man muss sich ja selbstverständlich auch nicht alles angucken, ne? So, dann parken wir hier mal. Guck mal, was denn hier los ist. Normalerweise halte ich es nicht für die beste Taktik, Leute mit Gewalt zu zwingen. Aber manchmal bleibt einem Kanal... Das ist aber für jemand anderen. Du musst dich um einen Drecksack kümmern. Sadist an der Konzern... Moment, bin ich jetzt hier? Aber das ist doch die... Das ist doch das von ihm hier, ne? ...ne fette Hämorrhoide in Night City's Arsch. Tu uns allen einen gefallen und kümmere dich darum. Details kriegst du. Hm. Gut. Vorzeihung, aber haben sie einen Termin? Äh. Ich suche Vic. Vic Vega. Na, warum? Das warst du nicht. Ehe, Entspannung, ey. Was ist los mit dir? Da ist so. Hey, Digga, dass die sofort so sauer werden, hätte ich ja... Da kommt ja keiner mit Rechnen. Ich habe nur die Schlüsselkarte mitgenommen. Das hast du fein erkannt, hör mal. In de Vic Vega? Hm. interessant auf jeden fall hier alles man hätte die wahrscheinlich auch entspannt klauen können aber das war nicht mehr drin weil irgendwie waren die sofort so wie waren die nicht mehr freundlich gesonnen als ich das auf das genommen haben mal darum wartet schon der nächste auf mich das ist schon ziemlich böse die leiche mitnehmen von dem tennis statt noch naja ich habe ja gespielt dass ich weiterhin schießen kann auch wenn ich jemanden trage glaube ich cool und ich kann rennen wenn ich jemanden trage das ist auch sehr sehr cool oder wenn ich noch etwas gewährt naja gut dann kommen dann machen wir mal ein abflug so war das jetzt eigentlich nicht gedacht dass das ein auftrag für rock ist ich dachte dass ein auftrag von dem tombo tennis weger schlummert im kofferraum gut so war das aber nicht gedacht eigentlich dachte ich das ist ein auftrag von wir sind auch zwei aufträgen die frage ist jetzt welcher ist von ihm erstmal dahin ich war jetzt mal weil ich will eigentlich den von er ist da zuerst machen ist das heißt überhaupt so eine race heißt eine race das was das gleiche wie her ist von dem will ich das zuerst zu ende machen das ist das ist das ist Okay, dann gucken wir mal, ob das dieser Auftrag von dem Haze-Tunnel ist. Oder ob ich zu dem anderen auch fahren muss, werden wir dann jetzt herausfinden. Oh, also. Ja, das ist der letzte. Genau der bin ich. Einen Moment, bitte. Sorry, bin gleich bei dir. Okay. Was ist das alles? Glatzkopf ist ein Dealer, Blondie wohnt in einem Motel. Redest du immer mit dir selbst? Oh, richtig. Ich wollte nur sicher gehen, dass dir keiner gefolgt ist. Scheint aber alles okay zu sein. Ah, sorry. Hab mich gar nicht vorgestellt. Ich bin Pedro. Willst du einen Zeta-Tag-Transporter überfallen? El Cap hat mir gesagt, du planst einen Überfall und brauchst Hilfe. Ich würde mir gerne einen Konzernwagen, äh, borgen. Ha, du willst deinen Arbeitgeber ausrauben. Naja, sieh schon, aber sei nicht so laut, bitte. Okay. Hast du das schon mal gemacht? Das ist dein erstes Mal, oder? So ein Überfall. Perfekt. Aber ich bin gut vorbereitet. Na schön. Na schön. Wie lautet der Plan? Genau, der Plan. Das hier hab ich bisher. Unser Ziel ist ein automatischer Zeta-Tag-Transporter, beladen mit EV-Trip-Werken. Die Route ändert sich täglich per Zufallsgenerator. Und wie spüren wir ihn dann auf? Ich hab den Zufallsgenerator umgebaut. Weiß, wie er funktioniert. Okay, also kannst du die Route vorhersehen. Und weiter? Ich halte den Wagen an und hack mich ins System. Und was mach ich? Du wartest vor Ort, steigst ein, befolgst meiner Anweisung und klaust das Ding. Okay. Kann man machen. Okay. Nein. Keine Sorge, ich werd dran denken. Okay. Das kriegen wir, glaub ich, hin, oder? Okay. So, können wir noch hier warten, oder? Okay, let's go. Jetzt, was muss ich machen? Ein Beifahrersitz setzen. Okay, machen wir. Ich muss also schießen. Verstehe. Kann ich noch mal Munition herstellen? Muss ich bestimmt machen. Bestimmt welche brauchen. Na, habe ich mir gedacht. So, dann, let's go. Gucken wir doch mal. Ne? Was passiert? Ich werde mit Sicherheit ballern müssen. Versuchen auf dem Fahrrad beschießen. So kann ich nicht mitmachen. Ich kann offenbar nicht auf meine, äh, auf meine Maschinenpistole zurückgreifen. Geht nicht. Oh, hey, tut mir faultieren. Oh, hey. Oh, hey, tut mir Lumion. Oh, hey. Oh, hey, tut mir. Oh, hey, tut mir leid. Oh, hey. Oh, hey, tut mir. den hätten wir dann auch erledigt jetzt müssen wir doch selber fahren dann fahren wir doch selber macht nix ok das ist nur die frage wie komme ich hier wieder raus da hat es gefunden ein legendäres messer hat eine gute reise je länger wir plaudern desto leichter für seta tag uns zu treten wieder mal ja bis dann Sehr schön, B. Weiß nicht, wie Petro das sieht, aber mir hast du den Tag versüßt. Und mal wieder zeigt sich, wenn man alles richtig macht, kriegt man fett Kohle. Auftrag erledigt.